Servus zu Barbecue aus Franken. Heute machen wir mal was zum Thema Knabberspaß vom Grill. Und zwar machen wir einen Chili-Leberkäs-Blätterdeich-Snack oder eine Chili-Leberkäs-Blätterdeich-Stange, ganz, wie es ihr denn wollt. Liegt alles schon hier auf dem Brett. Schauen wir miteinander drauf, was wir brauchen. Verwenden werde ich frischen Blätterdeich. Ich werde geriebenen Käse verwenden, einen kräftigen Bergkäse. Dann habe ich hier 250 Gramm Leberkäse, fertigen Leberkäsebrät. Ihr könnt es natürlich auch selber machen. Ich habe da schon mal ein Video gemacht, das blende ich bzw. am Schluss vom Video kommt ein kleines Fenster. Da ist das Video drauf, da zeige ich euch den Leberkäse, den ich selber gemacht habe. Das ist jetzt fertig. Es sind 250 Gramm. Ich habe ein Ei, das brauche ich dann später zum Bestreichen. Dann war ich auf dem Born to Grill Festival und habe da so eine kleine Probe mitgenommen von Black Forest Bacon Premium Rub. Das ist ein Rub, der tatsächlich richtigen Bacon drinnen hat, sprich Schwarzwälder Schinken. Da werden wir ein bisschen was davon reingeben. Ich denke mal so einen Esslöffel voll. Und dann habe ich noch zwei Chilischoten, die immer klein hacken werden. Und ich kann zaubern. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, so ist halt die Filmerei. Ja, und das sind denke ich immer alle Zutaten, die wir jetzt dazu brauchen. Dann fangen wir mal an, indem wir unser Brät noch ein bisschen verfeinern. An sich ist ja das alles schon fertig gerützt, aber ich will hier ein bisschen ein Peppern, ein bisschen was besonderes reinbringen in die ganze Geschichte. Das heißt also, jetzt kommen die Chilis rein. Da könnt ihr ganz scharfe nehmen. Das sind ein wenig so mittelscharfe. Ich habe die Kerne ein bisschen raus, Peppi, aber ja, ne, ein wenig verhalten. Und dann von diesem Bacon Rub, der ist übrigens von Biedermann-Freien-Kost. Das darf man schon dazu sagen, wenn man das schon geschenken Gericht hat. Also wie gesagt, so einen guten Esslöffel. Und dann gebe ich ungefähr so, ja, so 80 Gramm Käse rein. Den Rest hebe ich mir auf, weil wir ein bisschen was oben drauf tun auch. Das müde ich jetzt immer treffend durch. Das ist jetzt mehr oder weniger gleichmäßig verwischt. So passt das, können wir schon im Blätterreich ausrollen. Den lassen wir jetzt erst einmal drauf auf dem Papier, da tun wir sie nämlich insgesamt ein bisschen leichter. Das Brett ist fast Knorp für den Blätterreich. Ich gebe jetzt mal etwa die Hälfte der Masse erstmal drauf, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie viel, dass ich den brauchen würde. Ich verteile das einmal auf dem Blätterreich. Und zwar nur bis etwa die Hälfte. Ah, das passt schon, wenn wir alles brauchen, das ist schön. Also, alles drauf. So, also ich denke, das ist jetzt auch mehr oder weniger schön gleichmäßig. Also die 250 Gramm sind da wirklich jetzt drinnen voll verbraten, das passt schon. So. Jetzt schlage ich die andere Hälfte einfach so oben drüber. Dann mache ich auf und drücke das einfach ein bisschen an. Pappen tut es ja. Der Leberkäse hält es zusammen. Und jetzt schneide ich mir Streifen von etwa, ja sagen wir so zwei, zweieinhalb Zentimeter. Da eignet sich so eine Pizzarolle hervorragend dazu. So. Und während wir das Ganze da machen, heizen wir den Grill. Das tut er jetzt im Moment auch. Auf circa, ja so 200 Grad am Deckelthermometer. Das passt dann schon. Da haben wir jetzt unsere Streifen. Und jetzt gehen wir her, nehmen wir sie so einen Streifen vom Papier runter und drehen den einfach ein bisschen. So soll es dann ausschauen. So machen wir ja ihn danach. So, die Kandidaten sind alle gedreht. Jetzt können wir schon mal umziehen aufs Backpapier. So, und die Stücke sind jetzt umgezogen aufs Backpapier. Und das habe ich auf den oberen Gitterrost gleich draufgelegt, weil, ja, da tun wir jetzt einfach mal. So, dann habe ich ja das Eigelb, das habe ich jetzt ein bisschen verschlagen. Kleppert, wie der Frank gesagt. Da streiche ich jetzt einfach die Blätter ein bisschen ein. Und bevor wir das jetzt gleich wieder abtrocknen, machen wir erst einmal den Käse drauf. So, dann pinseln wir weiter. So, da ist jetzt wirklich der ganze Käse dabei draufgegangen. Innen rein, oben drauf und einen Haufen nebenan. So schaut es bis jetzt aus. Ja, jetzt müssen wir es bloß noch backen. Und das machen wir jetzt. Jetzt geht es rein in den Grill. Die Temperatur ist jetzt fast erreicht, da können wir schon reinhauen. Und zwar habe ich unten eine Menge Alufolie, alle Brenner laufen auf klein. Und dann packen wir das ganze Teil mal rein. Jetzt passt es. Ja, und jetzt lassen wir es mal drin für, ja, so, ich denke mal so 20, 25 Minuten. Ich schaue aber immer wieder rein. So, Stand nach 25 Minuten ist dieser hier. Ja, richtig genial. Ich sage es euch, der Perkete macht, der Düftlein im Garten eine Warnepracht. Also, ich lasse es noch zwei, drei Minuten. Dann tue es runter und dann versuchen wir es mal miteinander. Also, ich versuche es, ihr müsst es erst einmal machen. Ich sage es aber euch, ob es gut ist oder nicht. Also, noch zwei Minuten. Jetzt schneiden wir einfach mal so ein Teil da an. Das interessiert mich jetzt schon, wie das denn innen ausschaut. Haha, sensationell. So sieht es aus. Und ja, da müssen wir es natürlich versuchen auch noch. Und das mache ich jetzt mal. Ich beiße mal rein, stellvertretend für euch. Ja, klasse. Das ist jetzt noch leicht warm. Und jetzt kommt eine schöne Schärfe dann. Der Bergkäse ist natürlich sehr kräftig. Der ist fast ein bisschen dominant, aber ich mag das. Ich mag das wirklich so. Die Kombination der Bergkäse, dieses Leberkäsebrät, die Chilis, der blättert euch. Super. Also, das ist Fingerfood, so wie ich es mache. Also, da seid ihr bestimmt gut dabei, wenn ihr das einmal bei euch auf der Gartenbarie präsentiert. Oder abends zum Fernsehen schauen und so als kleines Snack. Wenn ihr schön in der Gruppe seid. Also, das finde ich echt klasse. Ja, hm. Schöne Geschichte, schnelle Geschichte. Aufwand hält sich in Grenzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ihr da so gezaubert habt mit dem Blätterreich. Und wenn dem so wäre und ihr mögt, dann gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Genauso natürlich wie über ein Abdomen, das ihr vielleicht machen wollt. Der Link beziehungsweise des Logos, das jetzt da gleich kommt, das ist der Weg dazu. Und wenn ihr was dazu schreiben wollt, gerne unten in die Infosbox einfach unten rein. Schreibt rein, was ihr dabei denkt, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall versuchen, darauf zu antworten. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch um 18 Uhr wieder zu einer neuen Folge von Barbecue aus Franken. Was kommt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Lasst euch einfach mal überraschen. Also, ich bleibe euer Sven bis dahin. Tschüss.